Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich mich festrutscht hab, man. Lauf. Alter! Du schimpfst doch eben, wenn du in die Kiste gehst. Das hätte ich dir aber sagen können, doch. Yo, Alter, es ist schon mal ein 3er-Team, Alter. Es läuft schon mal richtig gut. Es ist einfach ein 3er-Team. Alter, Minecraft macht so Spaß, ne? Ich glaube, ich spiele das wieder öfter. Kapper. Exakt dich sowieso, Mann, der Dierschwert. Ja, ich will erstmal nur Rot haben. Sag mir einfach, dass das Hacker-Team oben an der Brücke ist. Ne, ich geh FK. HAUJUF! Was passiert? Hat er sich gekillt? Was ist passiert? Er ist nicht. Oh, ich hab auch ein Dier. Ich will dich töten. Ich hab mit dir geschlagen. Nicht mich töten. Lauf. Heldes Mike. Ja, Randy töten. Ja. Ich krieg's ja einfach nicht. Doch, nice, easy. Ah, der hier hat Sticks. Ich hab ihn eben gefragt. Der meinte, der hat welche. Du Rennsohn. Holy moly. Alter, hier vorne schon richtig die gute Ausrüstung der Typ hier. Warte, ich hab ne Idee, wir locken den an. Hä, was droppst du Strings, Alter? Damit kann man sich ne andere machen. Ja, wahrscheinlich aus einem String, oder? Warte mal. Müssen wir kurz was abchecken. Ja, richtig witzig, Alter. Richtig der Funny Boy. Boah. Schatzkammer. Alter, ich hab richtig viel Stuff gefunden gerade. Alter, heftig. Ich will Full Armor, ne? Und ich hab richtig viel Essen. Boah, geil, Alter. Kill ihn, kill ihn, easy. Der Eisenschwert! Lauf. Egal, GG 10, Alter. Der ist einer, der sind zwei. Oh, die haben gute Rüstung, Alter, komm mit. Boah. Just Brage, Digga. Richtig der Skiller. Guck mal hier, wie ich ihn nehme. Richtig gut gewesen, auf jeden Fall. Lauf vor, lauf vor. Ich booste dich. Hey, Digga, was kannst du? Er bleibt stehen. Was ist los mit dir? Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, easy. Easy game, easy life. Nice. Alter, hast du das gesehen, Digga? Warte, hier, Eisenhannes, nimm, nimm, nimm. Statt den anderen zu verfolgen, Alter. Und dann machen wir noch eine Sneakerspause, Alter. Ich glaube, es geht los. Weg das schon. Schreck einfach die Wand ab, ist der dumm? Ey, ja, die sieht auch gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Die ist ziemlich breit. Ey, ich kann nicht reggen. Ich habe 4,5 Herzen. Ich habe leider kein Essen für dich, tut mir leid. Okay, ich habe das gefunden, aber es reicht nicht so. Na, echt blöd. Der Fakt hat gerade was gegessen. Boah, halt, wie du ihn gibst. Du bist ja richtig, dass du bist. Der Reddy gibt mir einen Double Hit, Mann. Frecher Hit, was fällt dir mein? Ah, danke, Alter. Boah, heftig, ich mache einen Altklettermarkt auf. Heftig. Ja, die waren einfach zu gut für... Ich habe mich da richtig erschraubt von diesem Hühnchen. Das Hühnchen muss noch fix, Mann. Das ist zur Hälfte im Sand. Ja, das ist ganz im Sand, Alter. Ja, okay, fick dich. Ah, der geht mit Locker und Zett, Locker und Hits. Geh, 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 geh. Geh doch aus dem Weg, wenn ich mit dem Bogen spann. Ja, bringt ihm auf jeden Fall richtig viel... Oh, er spammt erst mal TNT. Gommen Noob. Jo, Alter, ich werde gefickt. Ah, ich habe ihn gefickt. Easy game, easy life. Junge, was kannst du? Ja, sorry. Loll, er trinkt. Richtiger Skill, Alter. Der hat es drauf. Jetzt gibt es Boz beim D... Oh, ich kann den D-Shwett machen. Ja, verpiss dich. Lass den D-Shwett machen für dich, Mann. Niemals. Junge. Mein stuff, mein stuff. Egal, ich habe die Diamanten bekommen. Oh ja, perfekt. Ich halte Geburtstern. Perfektomatico. Jo, Alter, wahrscheinlich teamt ihr hier. Jo, das ist doch einer. Digga, hier, AD Carry. Alter, die werden beide one-hit. Easy. Du Noob. Hatten die in dir, hatten die in dir. Keine Ahnung, checkt ihren stuff. Oh, wo ist der in stuff? Oh, der hat in dir, der hat in dir. Komm her, komm ran hier. Komm, 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 komm. Komm du her. Ich bin's überall. Ich mache hier kein Beintraining. Ich habe richtig viel FNS. Ich bin dafür, wir brennen jetzt meinen Namen in den Boden. Bitte verkack es nicht. WTF, was wird das? Boah, großer Erika. Erhöre uns. Ja. Bin ich nicht okay. Gib es bereit? Go. Okay. Okay. Ja, okay. Okay. Ich werde jetzt den Jolo-Boy machen oder den taktischen Spieler. Jolo-Boy. Kein Bock auf Auslaufen. Okay. Alles klar. Das war's. Tschüss. GG voll HP, Alter. Hast du mich überhaupt getroffen? Glaube. Alles klar. Ja, ja, ja. Da macht er es dann. Essen, 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 essen. Ja, wahrscheinlich essen, oder? Welchen Hashtag? Ja, irgendein. Hä, sind wir auf deinem Kanal oder auf meinem Kanal? Ich meine, hab ich auch aufgenommen, aber es interessiert dich anscheinend nicht. Spasti. Ne. Mit dir nehm ich nicht auf den Witz. Hashtag, Sonnenblume. Haut rein, Leute. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Tusk, hast duял. Ich... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.